Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Community hier zu einer weiteren Folge Station. Hier ist mit mir, dem Chrissy auf der Venus und ja, ihr seht schon was passiert ist. Ich habe dann mal mit dem André C. Bulba zusammen mal hier die Klimaanlagen nochmal debugged, denn hier gibt es nämlich ein kleines Problem. Ich habe ja die erste Anlage auf vier blaue und eine rote umgebaut und habe dann festgestellt, hier passiert nichts. Wir kriegen hier keinerlei, also wir kriegen schon Kälte rein, aber das kann man, das ist ja sinnlos eigentlich, was wir dann da gemacht haben, weil das hat halt tagelang gedauert, bis sich das abgekühlt hat, das Ding hier. Also ich kühle hier gerade diesen wunderschönen Tank. Da sind natürlich ein paar Mohl drin, ja, völlig klar, aber das soll ja eigentlich mein Kühltank sein, aber wir sehen schon, die Temperatur ist, oh, die fällt so langsam, ja, kann man nichts machen. Ähm, deswegen habe ich dieselbe Anlage nochmal auf die andere Seite gespiegelt und habe die dann mit einem, ähm, Dings verbunden, mit einem, äh, ja, mit einem Heat Exchanger, in der Hoffnung, dass das Ganze noch ein bisschen besser kühlt, aber ich muss feststellen, ähm, so richtig gut kühlt das nicht. Ja, also wir sehen ja hier, das dauert Ewigkeiten, äh, um hier irgendwelche paar Grad runter zu kühlen. Es ist sehr ärgerlich, weil ich eigentlich dachte, dass die, dass die bei so viel, ähm, Stromverbrauch, also es sind ja jetzt insgesamt 4 kW oder fast 5 kW, dass die da wenigstens mal irgendwie was leisten würden, äh, aber es ist doch tatsächlich so, aufgrund der Leitungslängen, aufgrund der vielen Mol, die wir hier haben, also nochmal Hinweis, diese blaue Strippe hier ist nicht direkt da unten angeschlossen, das ist nicht diese blaue hier, ja, die ist nur blau, weil sie kalt ist, diese blaue hier, hier unten drunter sitzt ein Heat Exchanger, ja, den habe ich hier eingebaut, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, der sitzt hier drunter, so, baue ich das aber nicht weg, deswegen. So, und der Heat Exchanger, der, äh, wechselt die Kälte dann halt in dieses, dieses Pipe Netzwerk, das hat folgenden Grund, und ich muss dafür sorgen, dass die hier, äh, voneinander getrennt sind, ja, die, äh, Kälteseite und die, da wo dann die Kälte abgenommen wird, diese Sachen müssen getrennt werden, und darum ist das hier so. So, jetzt haben wir natürlich auch, ihr sehen schon hier, für die Leute, die es halt schon gesehen haben, dass ich hier noch einen neuen Batteriepark aufgebaut habe, aber wir sehen schon, äh, wir kriegen hier nicht genug Leistung rein in die Batterien, ähm, die sind auch fast leer, und ich denke mal, hier unten drin, die werden auch leer sein, weil wir natürlich einen immensen Stromverbrauch haben, also wir haben ja mindestens, naja, wir können ja mal gucken, was wir haben, also ich will jetzt nicht, äh, mindestens sagen, sondern wir können ja mal messen, was wir hier haben, und zwar haben wir hier, 2,1 kW, und auf der anderen haben wir auch 2,1 kW, das heißt, wir haben alleine schon 4 kW, oder 4,2 kW, 4,3 kW, alleine schon nur für die Kühlung, die wir verbraten, ja, das geht aber im Moment nicht anders, weil ich einfach noch nicht so weit bin, hier irgendwas anzupflanzen, und ich auch immer noch nicht so weit bin, die Winterspawns zu automatisieren, die ja noch eine viel krassere Kühlleistung haben, ja, als, als die, äh, als die Kühlanlage jemals schaffen kann, das bedeutet, theoretisch, müssten wir eigentlich, das mit den Winterspawns jetzt zeitnah machen, wir müssen es jetzt auch wirklich machen, weil es geht uns wirklich langsam das Gas und das Wasser aus, Problem an der ganzen Geschichte ist, wie gesagt, die Wärmeentwicklung der, äh, Winterspawns, aber, auch dafür habe ich ja schon eine Lösung, äh, habe ich ja schon gesagt, was wir machen, wir werden dann das Ganze mit Außenatmosphäre gegensteuern, sage ich mal, also mit Wärme aus der Außenatmosphäre, nicht mit Außenatmosphäre selbst. Was mich jetzt hier an dieser ganzen Geschichte wundert ist, hier muss irgendwo ein Kabel kaputt sein, denn wir haben 14 kW Eingangsleistung mittlerweile, Solareingangsleistung, aber ich kriege die Batterien hier einfach nicht voll. Ich meine, ohne Frage, ich habe neue Batterien da oben hingebaut, die brauchen ein bisschen, bis sie sich füllen, ja, und die Energie wird ja immer aufgeteilt auf die Batterien, dementsprechend kann das hier schon so böse aussehen. Wir werden natürlich dann sehen, was da zeitnah passiert mit den Batterien. Mittlerweile 15 kW Solarleistung, wie gesagt, das sind dann so Sachen, wir haben Solarzellen gebaut, wir haben dafür geformt, das werde ich jetzt nicht 10 Folgen lang machen, hier Solarzellen farmen, die habe ich dann halt zwischendurch mal geformt, als ich Lust hatte, das Spiel zu spielen, ja. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, ich werde die Basis nicht ohne euch weiterbauen, aber sowas wie Strom oder, ich werde nicht 5 Folgen Solarzellen bauen, weil das hat nämlich so lange gedauert, theoretisch, 2 Stunden ungefähr. Ja, habe ich nochmal ein paar Solarzellen dazu gebaut, so, jetzt kannst du doch mal langsam aufhören hier. So, hier haben wir 76 Grad, hier würden sie sich sicherlich nicht wohlfühlen, wir haben 73 hier, ich weiß auch nicht, diese Räume heizen sich immer auf und kein, kein Pups weiß warum, ja. Also hier ist nichts, was heizen kann, gar nichts. Das Einzige, was heizen kann, ist das hier, über den Radiator und das wären ja dann in dem Fall 73 Grad und hier haben wir 75 im Raum und der Raum heizt sich weiter auf. Na klar, weil der ja das dann angleicht, aber das kann ja nicht sein, weil der kann ja den Raum nicht heißer werden lassen, als er eh schon ist und dann heizt sich das Wasser auch noch auf, auf die Temperatur, also das ist für mich nicht verständlich, was hier los ist, aber egal. 1454 Mol haben wir noch, wir könnten das theoretisch kühlen, hier das Ding, könnten hier die Jungs ja auch nochmal anwerfen, das wäre auch kein Problem. Hier ist ja noch Wasser drin, das heißt, die können wir ja auf jeden Fall ja noch verwenden, aber ich glaube, bei 76 Grad, 75 Grad Temperatur wollen sie nicht. Hier wäre dann die Geschichte anzubauen mit der Außenheizung sozusagen, das können wir ja schon mal machen. Da hätten wir dann jetzt hier ein Rohr, dazwischen hätten wir dann ein, dazwischen hätten wir dann ein Digitalventil, nein, das wollte ich nicht hinbauen, das wollte ich haben, nee, das auch nicht. Was ist denn das für eine komische Ecke hier? Na egal, okay, dann machen wir das eben gar nicht so, dann machen wir es eben so. So, hier wäre jetzt der, hier wäre jetzt die Dings, Dings, seitdem ich Dings kenne, kann ich die Welt erklären und hier wären dann die Radiatoren, sage ich jetzt mal. So, das wäre jetzt unser, unsere Außenkühlung oder Innenkühlung oder Innenheizung muss man ja sagen. Da müssen wir natürlich jetzt noch ein paar Radiatoren bauen, drei Stück und dann hätten wir theoretisch die Möglichkeit hier im Digitalventil, die Außenatmosphäre hier in dieses Rohr zu lassen und damit dann hier Wärme reinzubringen, dass unsere Winterspornis hier, ja, dass die halt hier da sein können und nicht überhitzen. Nicht erfrieren meine ich. So, hier könnten wir eventuell auch schon mal ein bisschen was anmachen. Könnten wir schon mal ein bisschen Energie erzeugen hier, einfach nur mal, weil wir es können. Weil theoretisch müssten die jetzt nämlich auch Strom erzeugen, die Jungs. Aber ich weiß nicht, ob das so ist. Müsste man dann gleich mal in unseren Batterien gucken. Die werden jetzt natürlich heiß ohne Ende hier drin. Klar, wir sind schon wieder bei 100 Grad. Aber ich will die jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Die laufen schon mit 91% hier drin. Ja, es ist zu warm hier drin, müsste kälter sein. So, was haben wir denn jetzt hier an Temperatur da oben drin in dem Kälterohr? 96 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt hier aufmachen, müssen wir den Raum ja mindestens auf 96 Grad runterkühlen können. Aber das hier oben ist ein bisschen seltsam, weil die Temperatur fällt weiter und das sollte eigentlich nicht sein. also es ist toll für unsere Kühlanlage, wenn das funktioniert, aber die muss auf jeden Fall gleich wieder steigen, weil die Kühlanlage, ich glaube nicht, dass sie dagegen halten kann. Ich meine, gut, wir haben jetzt 25 kPa, das ist ja noch gar nichts hier drin. Aber gut, wenn sie gegen hält, ist halt gut. Dann können wir das erstmal kühlen, das kann ja ruhig hier ein bisschen freezen. Und wenn wir unter 60 Grad sind, unter 50, unter 60, glaube ich, dann werden wir mal die Wintersponies mal starten. Jetzt werden wir erstmal ein Digitalventil bauen und ein Chip. Also, theoretisch brauchen wir das nicht mal mit einem Chip machen, das können wir auch mit logischen Bauteilen machen. Das Digitalventil, haben wir nicht noch eins? Hier haben wir doch noch eins. Guck mal, da kann ich schon ein Digitalventil machen, oder? Ach nee, das ist ja ein, das ist ja ein handhändisches, ich brauche ein DV, Digital Ventil. Ich glaube, das gibt es hier. Ja, man muss, Duigi, wenn Duigi, die Digital Vif, ach, da brauchten wir ja, oh, warte, wir haben ja irgendwo gemacht, ja, geil, geil, geil. Ich weiß aber nicht, ob das reicht, das werden wir dann sehen. So, jetzt brauchen wir, oh, wir haben schon wieder den Bug. Jetzt brauchen wir noch drei Radiatoren. Ich weiß zwar nicht, warum da Gold dran ist, aber das habe ich glaube ich schon mal gefragt. oder warte mal, bevor wir jetzt hier bauen, haben wir noch welche? Ich meine, ich hätte nämlich auch noch welche gehabt, aber auch das kann eine falsche Information sein, die noch in meinem Kopf war, von vor, letzte Woche oder so. Ja, also gut, dann bauen wir noch ein Gold. Wir müssen auf jeden Fall Gold farmen. Oder haben wir noch irgendwie Gold drin? Ne, haben wir kein Gold drin. Ja, wir sind jetzt wirklich abgebrannt. Ich habe jetzt auch einen Haufen Scheiß gebaut. Ich habe auch die, die Schüssel draußen weggebaut, ne, die Satellitenschüssel, weil die mich genervt hat, da an der Stelle, wo sie ist. Ach, einen Chip brauchen wir noch. Mal gucken, ob wir an, obwohl wir können es mit logischen Bauteilen machen. Wir brauchen, wir brauchen einen Badge Reader, ein Logic Reader, der liest uns die Temperatur aus. Ach nee, warte mal, wir haben doch drüben auf der anderen Seite den Chip, den können wir noch benutzen. Ha, stimmt, wir haben auf der anderen Seite, der hier das N2 zuführt, der kann doch auch die Temperatur im Raum regeln. Ja. So machen wir es. So, was jetzt hier? Passiert hier noch irgendwas heute? Also, die sind schon, die sind schon anstrengend, diese Schleusen, die sind schon anstrengend langsam. Ich weiß, man kann sich selbst, welche programmieren. Ich bin da voll bei euch. Aber, aber, ja, das möchte ich noch nicht tun. So, damit haben wir jetzt die Außentemperatur hier. Das heißt, wir machen jetzt hier, machen wir jetzt das DV dran. Das Digitirol Ventil. Und zwar so rum. Weil, dann können wir nämlich die Stromleitung hier irgendwie langlegen, so dass es funktioniert. Aber, das geht schon wieder nicht, weil hier komme ich jetzt mit dem Kabel nicht durch. hier oben weiß ich nicht, ob wir uns da ankoppeln können, weil, ich glaube, wenn ich das jetzt hier dran mache, dann, was ist das für ein Kabel? Moment, wir gucken da mal drauf. Dann wissen wir, was es ist. Ah, das ist die Komposterseite. Nee, das dürfen wir auf keinen Fall zusammen tüdeln, weil, das ist, ja, okay, dann machen wir es anders. Dann werden wir jetzt den hier wegbauen und den da hinbauen. und dann können wir da mit dem Kabel durchgehen. Das können wir ja beliebig erweitern nachher, wenn wir merken, die reichen nicht, die drei Radiatoren reichen hundertprozentig, hundertprozentig reichen die. So, und das ist dann, das ist dann, äh, DV, äh, hot in. So, dann weh sich, da kommt heiße Luft. Dann weh sich, da kommt heiße Luft. Sehr schön. Wieder, äh, die, den Spruch des Tages. Können wir eigentlich Licht ausmachen? Ja, können wir. Okay, dann müssen wir jetzt den Chip hier noch ein bisschen umprogrammieren. Temperatur haben wir ja, aber der macht im Moment die Druckgeschichte hier drin und das soll er eigentlich gar nicht. Der soll eigentlich, ach, naja, wir müssen jetzt Temperatur und Druck regulieren. Also die Winterspawns werden definitiv Kälte erzeugen. Und zwar wahnsinnig viel Kälte erzeugen. Ähm, wir brauchen sie aber für Sauerstoff-Wasserstoff-Produktion. Erstmal, 104 Grad, das ist noch zu warm. Das ist schon 82. Das ist unglaublich. Wieso, wieso? 82 Grad. Naja, klar. Logischerweise, weil hier ist noch zu wenig Rohr dran. Ähm, deswegen kann der das hier nicht an die Umgebung, äh, weitergeben. Aber das sieht ja schon gut aus hier, wie sich was hier passiert. Das sieht schon gut aus. Weil hier müsste nämlich eigentlich auch noch ein DV hin. Das heißt, wir können dann, wenn die Temperatur zu schnell steigt, kühlen, mitkühlen. Und wir können, wenn es zu heiß wird hier drin, können wir, wenn es zu kalt wird hier drin, können wir hier Wärme zuführen. So. Ähm, aber, wir können uns hier nicht direkt ankoppeln, weil das funktioniert nicht. Das haben wir ja schon festgestellt, äh, weil wir, ähm, ja, da auch möglicherweise mal 600 oder 400 Grad drin haben, wenn wir irgendwas ankoppeln, was sehr heiß ist. Und dann hätten wir diese 400 Grad auch hier drin. Also können wir das nicht machen. Ähm, man könnte aber diesen Bereich hier mit, mit abkühlen, indem man sagt, wenn wir innerhalb von 20 bis 24 Grad Temperatur sind, ähm, kann der hier immer mal zwischendurch aufgehen. Kann hier ein bisschen Wärme reinlassen und die, und die Wintersponys kühlen das mit. Dann brauchen wir nämlich keine Außentemperaturkühlung. Aber, ne, so in der Art. So, ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken, weil ich nämlich gerade gesehen habe, äh, wie, wie krass die Kühlanlage gerade kühlt. Also, ich muss dazu sagen, die zweite Kühlanlage, die ich jetzt aufgebaut habe, die muss erst noch einfahren. Das dauert ein bisschen. Und zwar sieht man das, sieht man das sehr schön an dieser Pumpe hier. Das ist die, die, äh, hier am roten Hoshi dran hängt. Ne, warte, die ja davor hängt. Hier ist sie. Die ist jetzt bei einem Liter. Und hier, die ist bei auch einem Liter. Das heißt, jetzt haben sie sich langsam, ah, hier ist schon wieder so ein Loch irgendwo. Ach, ey, komm, hör doch auf. Jetzt haben sie sich ein bisschen angeglichen. Das kann man auch prüfen, indem man hier mal auf die Gesamtseite guckt. 2313 und hier haben wir 2084. Also, da sehen wir, die muss noch ein bisschen. Ja, ich habe hier auch jetzt mal Radiatoren drauf gebaut. Einfach mal, um zu gucken, was passiert, wenn die ihre Wärme hier auf der Seite los wird. Äh, ob das dann, hier ist irgendwo schon wieder so ein Loch. Ob, ob das funktioniert. Aber guck mal, wir sind hier bei 65 Grad plus. Temperatur fällt rapide. 69. Ja, die hat 65, die hat 69. Da sehen wir schon, es funktioniert ein bisschen besser. Ja, klar, wir haben natürlich hier einen Heat-Exchanger dazwischen. Das heißt, die Gase hier drin brauchen ja ein bisschen, bis wir die Temperatur übergeben haben hier. Aber wir sehen, die macht hier ordentlich kalt. Das hier fällt mir. So. Das heißt, die brauchen ein bisschen zum Einfahren. Bei der müsste sich das schon ausgeglichen haben. 3537, 3537, genau, die ist schon komplett ausgeglichen. Das sieht man auch, die haben alle 90K, das ist gut. Also 90 Kelvin Temperatur. Und wir gucken mal, was die hier haben. Die haben 90 Kelvin, 90, 91, 91, 91. Das heißt, die kühlen auch. Ich hatte gestern beim Aufbau einen Bug, dass die, dass die Geräte nicht funktioniert haben hier. Die sind einfach immer angegangen, aus, an, aus, an, aus. Dann habe ich mit André, also C. Bulba, der das hier erfunden hat, oder zumindest weiterentwickelt hat, nochmal gesprochen, bestimmt eine halbe Stunde, Stunde. Und da haben wir dann festgestellt, wenn das mal passiert, dann bedeutet das, dass eine von denen hier irgendwie nicht backt, oder dass sie nicht funktioniert, dass die backt. Und das sieht man daran, dass sie dann hier bei Temperatur, da wo 90K steht, 90 Kelvin, dass da dann mehr als 90 steht. Da stehen dann 1000 Kelvin oder so. Dann müsste er hier die Pumpe einmal voll aufdrehen, auf 100 Liter, und müsste sie das mal wegpumpen lassen, und dann dreht er die wieder auf 10 zurück. Ja, ganz langsam. Und dann merkt er, dann pegelt sie sich irgendwann ein. Ja, okay, dann kühlt das jetzt erstmal. Das heißt, wir haben hier oben, dann jetzt auch irgendwie, 73 Grad plus. Das ist gut. Ja, also, also ich sehe schon hier irgendwie, Energieleistung kommt hier gerade gar nichts an. Also ich weiß nicht, wo diese 15 KW hin sind. Also, ich verstehe es nicht. Also wir brauchen 5 KW, nehmen wir raus, und wir schießen 11, 12 rein. Na, nee, mehr. Ja, 12, nicht 15 KW. Knapp 12 KW schießen wir rein. Und 4,6 brauchen wir. Wo ist denn hier der ganze Rest hin hier? 4,6. Ja. Hier ist auch nichts kaputt oder so. Was hängt denn hier eigentlich alles dran? Active Vent, Light Round, Konsole, Advanced Furnace. Ach, die Advanced Furnace ist tot hier. Nö, eigentlich nicht. Verstehe ich nicht. Hier muss doch irgendein Kabel kaputt sein. Also hier sind 225 Watt, die gerade genommen werden. Also ich weiß nicht, ob ich die Furnace jetzt ausmache. Oh je, Sturm. 125 Watt, okay. Warum, äh, hä, warum geht oben der Trafo nicht an? Verstehe ich nicht. Naja, wahrscheinlich haben wir da noch irgendwo eine Verbindung drin, die wir nicht haben wollen. Und deswegen ist das so. Genau, da ist wahrscheinlich irgendwo zwei Kabel zusammengeführt, die nicht zusammen dürfen. Und deswegen, ja. Okay, dann müssen wir ja irgendwann Strom positiv sein. Wenn wir jetzt hier 5 KW verbrauchen und, äh, 11 reinschieben oder 12, das ist ja das Doppelte quasi, dann müssten wir eigentlich Strom positiv bleiben. So, wir haben Strom, das heißt, wir haben eine sehr niedrige Außentemperatur. Wäre jetzt wieder gut fürs Kühlen, ja. Das ist lustig, dass man, wie gesagt, den Sturm auch immer noch hier drin sieht. Eigentlich sollte das ja nicht mehr sein. Hier ist noch der Computer und der EC-Editor, das heißt, draußen von der Satellitenschüssel weggebaut. Weil im Moment brauchen wir keine Satellitenschüssel, wir brauchen eigentlich nichts von den Leuten da. So, 85 Grad haben wir schon. Naja, seht ihr, das geht doch. Schmeiß weg, tritt sich fest. 67 haben wir jetzt hier drin und es fällt rapide. Das ist eigentlich krass, wieso das jetzt plötzlich so schnell fällt. Also irgendwie, ich verstehe es nicht. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass die zweite Anlage sich jetzt einigeruft hat. Also wie gesagt, wenn ihr das nachbaut mit diesen Klimaanlagen, dann müsst ihr wissen, diese Klimaanlage ist extrem träge. Das heißt, die braucht ziemlich lange, bis sie wirklich Kühlleistung bringt. Was heißt ziemlich lange? Das heißt ja wieder, ich mache euch Angst und ja, brauchst du nicht bauen, funktioniert sowieso nicht, ist viel zu träge. Nee, die bollert schon ordentlich. Aber, was immer viele nicht vergessen dürfen, man kann auch mit einem Wallcooler, also hier ist ein einfach ein Wallcooler, der 1000 Watt frisst, ja, kann man auch Sachen kühlen. Wenn man so einen Raum baut, sehe ich nämlich immer bei den YouTube Tutorials, wenn man einen Raum baut, der hier so die Größe hat, hier ne, so wie ein, 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 ein Feld. Hier ne, ein Frame. Wenn man so einen Raum baut und da packt man einen Wallcooler rein und dann macht man ein Glas drumherum und dann macht man das an, dann wird es in dem Raum ganz schnell 200 Grad minus kalt. 200 Grad minus innerhalb von Minuten, Sekunden. Und die Leute alle, oh geil hier, guck mal, der macht voll die geile Kühlleistung. Naja, nee, macht er nicht, weil in diesem kleinen Bottich hier, in diesem kleinen Raum ist nicht viel drin. Das heißt, ist ja logisch, dass ein Wallcooler, der einfach eigentlich nichts kann an Kühlleistung, dass der diesen Raum hier so schnell abkühlt. Ist klar. Packt ihr da jetzt aber Radiatoren rein und hängt auf der anderen Seite ein 1000 Grad heißes Gas rein, ja, das hier gekühlt werden soll, dann werdet ihr feststellen, dass der Wallcooler diesen Raum niemals nicht unter 1000 Grad bringt. Niemals. Das heißt, die Energie, die in diesem 1000 Grad heißen Gas steckt, ist viel höher, als das, was der Wallcooler wegkühlen kann. Und deswegen sind so eine Tutorial-Videos oder so eine, ja, YouTube-Videos, wo sie sagen, oh ja, minus 200 Grad, geil, 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 sind Blödsinn. Weil es geht um die Energie, die transferiert wird und nicht wie viel Temperatur ihr in diesem Raum habt. Denn wenn ich zum Beispiel aber dieses 1000 Grad heiße Gas hier in diesen, in diesen Frame einführe und habe hier 200 Wallcooler dran, dann kann ich die Energie transportieren und dann schaffen die 200 Wallcooler, dass auch dieses 1000 Grad heiße Gas zu kühlen. Und das ist das, was man immer nicht vergessen darf. Und deswegen ist diese Anlage, die ist sehr stark, sie kann viel Energie transportieren, aber sie ist halt auch träge dabei. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in diesem Raum 1000 Grad hätte und ich würde diesen Hahn aufmachen, dann würdet ihr sehen, dass diese Kühlleitung, die ja über einen Heat-Exchanger mit der Klimaanlage verbunden ist, mit der großen, dass der, sagen wir mal, 1000 Grad sind ja in dem Raum, dann wird der mit Sicherheit auf 800 Grad oder 900 Grad erstmal hochschnellen. Aber über die Zeit werdet ihr feststellen, dass der das schafft, diesen Raum abzukühlen auf die gewünschte Temperatur. Und das liegt einfach daran, dass die Leistung, der Energietransfer, den so eine Klima hat, die wir da draußen gebaut haben, in der Größenordnung, also doppelt jetzt quasi, dass die sehr viel Energie transportieren können. Das heißt, ihr kriegt diese 1000 Grad sehr schnell kalt. Stellt euch vor, wir haben da draußen diese Anlage und ihr wollt diesen Raum hier mit diesen 60 Mol halt kühlen. Das geht schnell, das sind 60 Mol, die sind ruckzuck gekühlt, deswegen geht das jetzt doch gerade so schnell. Wenn ihr euch aber vorstellt, dass das 6000 Mol sind, werdet ihr sehen, das dauert Stunden Relive-Spielzeit, also hier, Stationiers-Spielzeit, weil in diesen 6000 Mol natürlich viel mehr Energie drin steckt bei 1000 Grad als in 60 Mol. Und deswegen schafft eure Klimaanlage das nur in längerer Zeit. Also sie braucht dazu länger. Und darum sind so Videos, wo man dann so einen Wallcooler sieht, total sinnfrei. Man kann den Wallcooler benutzen, um auf dem Mars irgendwie ein Greenhouse zu kühlen. Das habe ich euch ja auch im Let's Play schon gezeigt beziehungsweise im Tutorial. Aber eigentlich sind diese Dinger für das, was sie können, viel zu stromhungrig. Überlegt mal, wir haben jetzt da draußen eine Kühlanlage, die 4000 Watt benutzt. Sagen wir mal, sie benutzt 5000 Watt. Sagen wir mal 5000. Sind es nicht, aber sagen wir mal, rechnet sich besser. Dann müssten wir 5 Wallcooler benutzen, um denselben Strom zu verbrauchen. Ja, hier Wallcooler. Da wird jetzt erklärt, wie der funktioniert und lalala und man hat Error. Usage 10 Watt ist Quatsch. Der braucht keine 10 Watt. Der hat das Quark. Der kann bis so, ich glaube bis 1000 Watt kann der aufnehmen oder mehr sogar. Ja, 1010 Watt. Steht ja hier. Bei maximaler Effizienz. 1010 Watt heißt, wir haben 5 Wallcooler und 5 Wallcooler, damit wollt ihr eine ganze Basis kühlen, was wir gerade machen mit unserer großen Kühlanlage oder vorhaben. Ne, könnt ihr nicht. Und da seht ihr schon, dass diese Klimaanlage, wie wir sie da draußen gebaut haben, viel effektiver ist, als diese 5 Wallcooler, die wir von den 5 kW bauen können. Strom, die wir gerade verbrauchen. Wir werden aber wahrscheinlich gleich einen Stromausfall haben, weil jetzt ist gerade Sturm, wir haben keine Windmühlen und wir haben natürlich keinerlei Solarkraft gerade, weil, aber es war sowieso Nacht, wenn ich mich irre. Ja, es war sowieso Nacht. Ja. Da könnte man ja tatsächlich überlegen, ob man jetzt nicht wirklich mal langsam hier eine Windmühle aufbaut. Aber ich glaube, wir haben das Material nicht dafür. Da müsste ich erst wieder farmen gehen und dann, ja, das mache ich dann mal offline. So, also was haben wir jetzt hier vor? Wir werden die Winterspornis eigentlich, müssten wir die Winterspornis jetzt pflanzen. Da haben wir aber immer noch das Problem hier mit dem komischen Schnatter hier. Wir können ja mal den nochmal abbauen und nochmal dran bauen. Mal gucken, was passiert. Ob die dann jetzt mal anfangen hier die Wärme oder Kälte aufzunehmen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir zu wenig Atmosphäre haben. 78, 17. Ja, wir haben zu wenig Atmosphäre hier drin. Deswegen kann die Energie nicht transportiert werden. 52 Grad und 73 im Raum. Dann wollen wir das mal noch ein bisschen übertreiben hier. Machen wir nochmal Lack. Wird jetzt richtig heiß hier drin, aber ist egal. So können wir das mal ein bisschen schneller machen. So, 210 Mol N2 haben wir hier drin. Das wird sich jetzt natürlich noch ändern. Also die Mol bleiben die gleichen, aber der Druck wird sich ändern, weil die Temperatur fällt ja. Und jetzt seht ihr auch schon, was passiert. Die Klimaanlage kann da jetzt nicht mehr gegenhalten. Seht ihr das? Die schafft es nicht mehr. Also die Klimaanlage selbst kann da gegenhalten, aber da wir jetzt mehrere Wärmetauscher haben, dauert natürlich die Übertragung der Energie ein bisschen. Man sollte natürlich so wenig wie möglich Wärmetauscher haben. Möglicherweise kann man sogar sagen, man sollte für systemkritische Sachen nur einen Wärmetauscher benutzen. Also einen Wärmetauscher, quasi, wenn man sagt, man hat einen kältekritischen Raum, baut man ein Klimasystem mit einem Wärmetauscher für diesen einen Raum. Wenn man aber so wie hier, wie wir es jetzt hier machen wollen, eine Zentralkühlung sozusagen hat, die eigentlich nicht so gut ist, eine Zentralkühlung, dann muss man natürlich mit sowas rechnen, dass das jetzt hier ein bisschen träger ist, weil wir natürlich viele Heat-Exchanger-Stellen haben, weil wir ja die ganzen Sachen entkoppeln wollen, damit die drucktechnisch und gastechnisch entkoppelt sind. Ja, was natürlich auch sinnvoll wäre, dass man zum Beispiel Reinraum- oder Reingas-Sachen macht, dass man zum Beispiel nur CO2 reinfüllt. CO2 bzw. X ist das beste Klimagas oder das Temperaturübertragungsgas sozusagen, aber X ist hier in so geringer Konzentration, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt mit der normalen Atmosphäre. Ja, jetzt kann er langsam wieder gegenhalten. Ihr seht, die Temperatur fällt auch wieder. Das liegt aber auch nur daran, dass wir schon bloß noch 262 Grad hier drin haben und wir werden noch mal ein bisschen Gas reinlassen. Wir werden aber das mal auf 45 stellen, dass wir nicht wieder wegfliegen. Dann drehen wir hier noch mal auf, sagen wir mal auf 200 kPa oder so. Dürfte ja nicht passieren bei 200 kPa. Türen müssten eigentlich alle drin bleiben. Wir drücken jetzt gegen die Außenatmosphäre, ne? Ja, so, jetzt haben wir ungefähr Außenatmosphäre. 239 kPa ist ja die Außenatmosphäre. Jetzt könnten wir die Tür aufmachen, wir würden nicht rausfliegen. So, und jetzt haben wir wieder 300 Grad und wir haben halt hier 300 Grad und nicht 400 Grad, ja? Aber das liegt auch, glaube ich, auch daran, dass es noch Sturm ist, ne? Nee, es ist kein Sturm mehr. Ist lustig. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. 52,6, 6,1, 6,2. Ihr seht also, die hält da richtig gut gegen. Das ist jetzt auch unserem Wärme, unserem Kältepuffer geschuldet, den wir da oben haben. Den wollte ich jetzt noch mal kontrollieren, dass das jetzt hier so gut funktioniert, ne? Das ist unser Kältepuffer anzurechnen. Das ist ja dieses Gas, was wir da stundenlang haben gekühlt. Also, das habt ihr nicht gesehen, aber als ich die zweite Klima gebaut habe, hat der schon angefangen, das Gas zu kühlen. Und, ja, das sind so Sachen, die müsst ihr long-term euch angucken, ne? Langzeitmäßig. Da könnt ihr nicht sagen, heute brauche ich jetzt eine fette Kühlanlage, die 300 Millionen Grad in zwei Sekunden runterkühlt. Das geht in Stationers nicht. Also, das kann man bauen. Wie gesagt, man kann diese Anlage jetzt noch verzehnfachen oder verhundertfachen. Die ist ja modulartig aufgebaut, sage ich mal. Und diese Module, das kann ich euch ja mal zeigen, ja, die sind gleich. Die sind so, vier blaue, eine rote, vier blaue, eine rote. Da ist jetzt ordentlich aufgebaut, da nicht. Aber ist egal. Da seht ihr schon, das ist etwas, was man modular aufbauen kann. Und ich wollte jetzt mal hier oben gucken. Oh, jetzt ist es spurt alle. So, wir haben null Energie erzeugt. Also irgendwas ist hier faul. Die Batterien sind leer. Das heißt, uns wird auch gleich der Strom ausgehen. Ich verstehe nicht, warum. Also, wenn 15 kW reingehen und nur 5 verbraucht werden, wie kann uns der Strom ausgehen? Verstehe ich nicht. Das sind dieselben Leitungen hier, ja, falls ihr euch wundert. Die sind zusammengekoppelt, die Batterieausgänge. So, wir gucken nochmal. Also, Batterieausgang 1, 4,5 kW. Batterieausgang 2, auch 4,5 kW. Genau. Da hängt alles dran. Okay, wir brauchen Windmühlen. Die Frage ist, womit bauen wir die Windmühlen? Ich glaube, mit Material, was wir hier im Schrank haben, wird das wohl wahrscheinlich nichts. Wir könnten aber, wie gesagt, auch mit Stirlies arbeiten. Einfach mit der Außenatmosphäre und den Winterspawns. Das müsste eigentlich auch gehen. Also, dafür müsste gehen. Ja, klar, dafür ist es ja mal gemacht worden. Dafür haben wir die Stirlies ja aufgestellt. Wir haben kaum noch Akku hier. Okay, dann versuchen wir jetzt mal, die Stirlies anzureißen. Weil sonst geht uns der Sprit aus hier. Ja, das ist so warm hier drin. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Strom erzeugen. Warte mal, das können wir gleich prüfen. Ah! 11,7 kW machen die. Oder scheint... Ne, die Sonne geht auf, ne? 11,7, die Sonne geht auf. Na doch, die haben ein bisschen was gemacht, die Jungs. Ja. Klar, ist jetzt natürlich hier nicht so kalt drin. 14,8. Was schade ist, dass man nicht sieht, wie viel die bringen. Also, da steht 1 Watt, aber das ist ihr Stromverbrauch. Wahrscheinlich ihr eigener Stromverbrauch. 15,4 haben wir jetzt. Okay, 15,4. Wenn wir die jetzt ausmachen, haben wir... 11,4. Ja. Die machen natürlich jetzt nicht viel. Ist ja klar, ne? Schon drüber gesprochen. 88% haben sie nur. Ja, es ist noch zu warm hier drin. Falsches... Dings. Dööö. Na, die schaffen es aber zu kühlen hier. 51,9. 51,8,9. Na ja, klar. Die schaffen es zu kühlen. Na ja, ne, das schaffen sie nicht. Oh. Ja, es wird immer heißer hier drin. Gut, wir haben jetzt hier noch Strom erzeugt. So, dann... Legen wir mal den Fußboden wieder hin. Ne, an der Decke nicht. Ich hätte den gern hier. So, machen wir. Nein. So. Okay. Also, jetzt plane es hier Raum kühlen und da die Wintersponies anbauen, damit wir die Generatoren laufen lassen können. Und die Generatoren werden wir dann später nur mit Außenatmosphäre betreiben. Ja, also, hier geht es rein. Außenatmosphäre, Passive-Vent, hier rin, andere Seite da raus. Ja, das ist ja Output hier, glaube ich, ne? Hier rin, da raus, fertig, zwei Passive-Vents, Ende. Ja. Ja, dann können die hier mit Außenatmosphäre rumspielen. Ja, ich glaube, das, doch, das funktioniert. Dann haben die draußen 500 Grad, hier drinnen haben sie 10 Grad, das reicht für die. Dann haben wir ja noch Unterschiede und dann können die die ganze Zeit laufen und Strom erzeugen. Ja, das kriegen wir hin. Aber ich glaube, ich hatte hier noch eine Reihe Dings vorliegen. Eine Reihe Winterspon. Also, die habe ich jetzt rübergebracht da in den Kartoffelraum da. Ich nenne jetzt mal Kartoffelraum in der Fabrik. Die müssen wir natürlich wieder hinbauen, ja? Weil, ja, die zwei Stirlys reichen nicht aus, um die Wärme hier aus dem Raum, also die Leistung der Winterspons reichen nicht aus, um zwei Stirling-Engines am Laufen zu halten, ohne dass die Raumtemperatur steigt. Ja, müssen wir also ein bisschen aufpassen. Das wäre aber jetzt nicht das Problem, denn wenn wir nur eine Stirling-Engine volllaufen lassen und dafür hier mit dem Chip dann die Temperatur ja auch noch ein bisschen regeln, falls das hier drin zu heiß wird, sind wir doch dann safe. Das passiert ja dann automatisch. Je nachdem, was wir hier drin machen, das wird automatisch die Temperatur geregelt. Und das soll ja passieren. Und dann müssten die Wintersponys eigentlich überleben. Also Wasser hätten wir dafür noch genug, aber jetzt hat das Wasser natürlich auch 145 Grad wieder mal. Das ist nicht so geil. So, darum müssten wir eigentlich noch mehr Radiatoren haben, um noch mehr die Temperatur anpassen zu können. Ich glaube, jetzt kann ich auch nicht trinken. Also doch trinken geht, aber ich kann es nicht nachfüllen. Genau, hier hat es nicht nachgefüllt, weil es zu heiß ist bis 100 Grad. So, jetzt muss ich einfach mal rausgehen, Batterien gucken. Weil eigentlich sind wir Strom-Positiv. Deswegen wundert mich das, dass uns jetzt gerade fast der Strom ausgegangen ist. Weil, ja. Klar, wie gesagt, unsere Stromkapazität an sich ist jetzt ja größer geworden. Also die Speicherkapazität ist größer geworden. Verteilt sich das natürlich alles. So hätten wir drei volle Batterien. Und so haben wir halt zehn, die nur einen Strich haben. Wisst ihr, wie ich meine? Aber irgendwie haut was nicht hin. Weil hier kommt nichts an hier unten. Das ist komisch. Ja, wir müssten die eigentlich alle in Reihe schalten. Ja, so wie wir sie jetzt haben im Parallelbetrieb, ist das blöd. Weil wir kriegen die hier oben Energie und die anderen kriegen nichts. Ja? Das wundert mich, ey. Dass hier nichts rauskommt an Energie. So, nochmal gucken jetzt hier. Ja, das ist ja Ausgangsseite. Hier ist Eingangsseite. FKW. Geht da rein. Hm. Naja. Jutti, Folge ist wieder überzogen. Aber ist nicht schlimm. Haben wir jetzt mal ein Thema beendet. Ich gucke jetzt mal hier, ob wir hier irgendwelche Kabeldefekte haben. Das kann nicht sein, wenn wir FKW haben, dann stimmt das schon. Aber die kommen vielleicht nicht bei unseren Batterien an. Aber es stimmt auch nicht, weil die blinken ja hier. Also werden sie laden. Naja, wir gucken sie uns in der nächsten Folge mal an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss. Mörgris. Tschüss. Mörgris.